Moin Leute, und hier ist der dritte Part natürlich, und wir machen jetzt den nächsten Hero, und zwar Hammett Nensingwery, nee, Nensingwery, wenn das denn noch. Jaina gegen Wer kennt ihn nicht? Hammett Nensingwery! Wollen wir mal schauen, was unsere Starter sagt, vernichtet seine Lieder, bevor sie euch überwältigen, ja, ist klar. Ja, ihr seid aber hübsch. Ja, aber viele Token arbeiten. Bitte? Keiner spricht so mit dem alten Hammett. Ha! Ich bin zuerst dran. Aber ich erhalte eine zusätzliche Karte. Oh gut, denn ihr werdet sie brauchen. Ja, die Hand ist natürlich jetzt nicht so berauschend, weil wir können natürlich nur das ausspielen und haben dann als man korte Handkarten. Weidmann's heilt! Er spielt ein Wahnsinnjäger mit 1-1. Ja, mach mal. Das heißt, ne... Ja, wir machen auch einmal den Eber mit Ansturm. Ein Wildtier! Hahaha, das häng ich mir an die Wand! Haha, das hat sich erstmal hart angenommen mit 1-1. Wahrscheinlich seid ihr es gewohnt, gegen Diener zu kämpfen. Aber Hammett hier, er kämpft seine eigenen Schlachten. Äh, hä, hä. Ich habe auch ein paar Tricks auf Lager, Zwerg. Na, jetzt wollen wir noch Heldfähigkeiten. Ich hoffe, es gibt auch was Anständiges, weil, äh, ich werde einmal pro Zug das machen. Finde ich nicht so paulös. Obwohl wir ja jetzt nichts machen können, dann machen wir das nochmal. Das war's. Dank. Weil wir haben ja, äh, nur 4er Karten und 5er, 3er und 3er. Von den Kosten, haben wir zwei Maler. Ah, ah, Schrotz und Tarn! Weidmannsheil! Nur ein Leben, das perfekte Ziel. Hä, dafür müssen wir weiß man was haben. Und da haben wir auch was. Und zwar einen Spott. Den werden wir eventuell ausspielen. Ja. Ja. Ja, mach mal. Das heißt, wir sind jetzt noch ein bisschen geschützt. Wenn wir, ähm, aber ich gehe noch ein, da bleibst du eine Runde länger liegen, muss ich mich angreifen. Das machen wir. Sag. Oh, das könnte natürlich auch mitmachen. Hügel des Schlingendorntals gelesen. Nehmt das. Alle Rande, die da haben 1 und 1. Na, danke. So. Dann haben wir wieder... Ja, was machen wir? Wir spielen einmal... Den hier. Ähm, ein Schaden. Ach so, ups. Habe ich nicht vertan. Sehr gut. Nur hat er weniger live. Ist okay. Das war ein Spielfehler. Jetzt wird sich auch falsch nach der 2. Was ihr wolle? Oh, es war... Ähm, ja. Das füllen wir erstmal hin hier aus. Machen wir das Vieh weg. Und greifen ihn an. So, wir führen noch. Er hat 17 Lebenspunkte. Wir haben 22. vor meinem riesigen Murastwesen. Ich muss einen Weg finden, das Ding zu neutralisieren. Mit Spott 8, du heiliger Bim Bam. Dann schieben wir ihn einfach mal. Wir haben noch zwei. Und... Damit ist er weg. Und wir können ihn angreifen. Das war's. Ja, damit hast du nicht gerechnet, meine Freunde. So, wir haben ja keinen Monster mehr. Aber das ist ja egal. Denn... Hier zieht ihr noch Karten. Wir haben jetzt 7, überlegen wir mal. Wir könnten ihn wieder schieben. Hält das dauerhaft an. Ja. Wäre der 1,1. Dann haben wir noch zwei Sachen übrig. Oder... 3,6. Nee, das reicht nicht. Wir machen das anders. So. Dann können wir das ja nichts mehr machen. Aber in der nächsten Runde können wir was machen. Ich hab schon so einen Plan. Hey! Ja. Das war natürlich, äh... Ja. Dann machen wir das ganz eben nochmal. So. Dann haben wir sogar noch vier mehr. So. Einsatzbereit. Scharfer als du 2,1. Naja. Ne. Ja, hat noch drei. Tschüss mit dem Schaf. Unser Zug. Sauber. Dann haben wir schon neune. Fügt einem feindlichen Helden drei Schaden zu. Mit 4,4. Ja, das machen wir mal. Wir haben noch viere. Und... Oh, mal ein bisschen was. Obwohl... Ja, machen wir. So. Er macht zwei Schaden, dann wäre er weg. Ne. Können wir mal angreifen. Ach. Spott. Ja, lass ihn angreifen. Dann warten wir nur ne Runde. Doch einer mit Spott. Und noch einer, der noch ein... äh... Pet nicht holt. Naja, super. Aber... Wir haben 10. Da gucken wir uns mal, was wir nachziehen. Okay. Ähm... Wir müssen ihn hier angreifen. Warte mal. Das machen wir aber anders. Das machen wir den hier. Das gibt es hier. Und... Verneigt mich vor eurem Gott. Was bekommen wir denn schönes. You're coming. Oh. Ihre Raketenschützen. Ansturm. Kosten 6. Angriffen. Verteidigung 2. Gott, sie nicht teuer, die Krater. Das ist das Ende eurer Safari in Essingberry. So. Und wir kommen jetzt zum letzten. Also... Ich finde, das war einfach viel zu einfach. Ich hab Spielfehler gemacht. Ja, so nach Sturmgrim heiße ich nicht. Ich hab es wirklich total unfair. Schiebt die Schuld einfach auf die fischlichen Spiele seiner. Naja. Nicht, was euch erwartet. Sicher? Ich hab gerade fünf Missionen durchgespielt. Ja. Ja, gut. Dann können wir erstmal ohne nichts machen. Ärgerlich, ärgerlich. Aber ich hab schon einige Spiele wieder gemacht. Also der Anfang war auch relativ leicht. Ich freu mich schon auf den... Oh, nee. Auf den Start gegen... Richtige Gegner. Wir können erstmal nichts machen. Auf und abgeben. Ich kann euch nicht mehr sagen, wie viel Handkarten-Maximum es umgelegt wird. So, da war der ersten Savage bekommen. Ach, er kann auch eingreifen. Ach ja, kein Waffen. Ich schwör zwei Diener. Ach, du Kacke. Nur ich hab keine Vernunft hier gestartet. Ähm. Ja. Das war's. Ja, das wäre dann elbern. Das sind wir zuerst sehen hier. So, das war fertig. Und er greift das Vieh an. Ach, er kriegt auch noch Damage. Das ist eine Waffe. Ja, sauber. So gehört sich das. Geschießt fünf Geschosse auf zufällige Feinde und versucht jemand ein Schaden. Ja, übertreibt, Junge. Wir haben drei. Und hau ihn einmal ein auf den Eber. Und geht mal wieder. Wer möchte nun meine Klinge schnälen? So. Das ist so lewig. Würde ich niemals machen. Ich würde doch nicht die Diener angreifen. Seine Heldenfähigkeit. Sie ist so wichtig. Was machen die? Ach, wir zwei. Ihr wisst nicht, was Macht bedeutet. So. Ja, wir bekommen einmal eine Spottkarte. Da spotten wir natürlich auch nicht mal. Sondern wir haben die Einsatmärkte daneben. Können zwar... Los. Ja, ja. So. Ja, ich muss die Überlegung, was das immer war. So, wir können jetzt nicht viel machen. Haben aber noch zwei. Und weil wir ja auch angreifen wollen. Nehmen wir eben einfach so ein Vieh weg. Weil er kann das jede Runde machen. Ja. Nehmen wir jetzt mal sechs in dieses Gesicht. Tja. Hat er nur Gegner angreifen? Weiß ich gar nicht so genau. So, wir haben Föhn. Genau. Wir können nicht viel machen. Aber wenn er uns jetzt angreift, er jedes Mal dreimal einen auf und nur auf und nur ist so gut. So, was macht er? Ja, er gibt uns drei. Und wir können dann halt nur angreifen. Das ist cool. Was nehmen wir? Wir nehmen den mit sechs. Er hat ja keine Ressource. Das heißt, er kann auch nichts außerhalb sofort spielen. Und damit hat er nur noch zehn. Wir haben 18. Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht echt gut aus. Und er holt sich noch mehr Damager. Wir hatten noch sieben. Das heißt, er ist jetzt auf jeden Fall tot. Nein, ist er nicht. Keiner von euch wird je Hand an mich lehnen. Oder? Oh. Er hat vorhin gesagt, er hat zwei Lebenspunkte wieder her. Was macht er mit mir? Das war zwei. Genau. Und fünf. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Verdammt sags. Ja. Aber er kann jetzt nicht mehr angreifen, weil er hat noch einen Linkspunkt. Egal, was er macht. Er wäre dann Gap Over. Das ist aber egal, weil in der nächsten Runde ist er tot. Da brauchen wir nicht mal eine Karte zu spielen. Wir machen das aber als Test. Ja, klicken wir mal, um fortzusetzen. Rosa, drei Schaden, der zufällig auf alle Feinde verteilt wird. Arkans Geschoss vereint. Das ist nicht schlecht. Für den Starthand nicht besonders berauscht. Aber so ab und zu mal so. Aber mal nehmen. Neue Quest. Übung macht der Meister. Gewinnt fünf Spiele im Modus üben. Ihr könnt neue Helden im Modus üben freischalten. Ja, das ist so. Erstmal die Fläche. Wir können spielen. Soloamt oder die Arena. Paketöffnung. Ja, nur mit Kainz. Meine Sammlung. Questlog. Shop. Und ich grüße alle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Denkt daran. Ab und watch that or alive. Bye.